Reifendruck, Kontroll, Leuchten, Reset, Mini, Baujahr 2015. Das Symbol leuchtet dann da. Ich habe es jetzt schon gelöscht. Und zwar gibt es da den PC-Button, den muss man so lange drücken, also immer wieder drücken, bis ich da Set Info, dann halten den Button, dann kommt man rein ins Menü, dann wieder drücken zum Switchen, Check Info ist es nicht, Service Info ist es auch nicht. Reset, wenn es das kommt, dann nochmal drücken, bis oben dem Reset steht Resetting. Also da dann drücken beim PC-Button, bis da steht dann Resetting und dann mit dem Auto fahren, dann geht das Symbol die Leuchte weg.